Und wieder ein herzliches Willkommen zu Let's Play Call of Duty United Offensive, dem exklusiven Add-on von Call of Duty. Im letzten Part haben wir so eine schwere Panzermission gemacht, wobei schwer war sie eigentlich gar nicht. Ich hab nur einen Versuch gebraucht, aber Quatsch, will ich lange rum und on the outskirt of Kharkov. Assaulted the town. Na gut, dann gehen wir mal in the town. Was haben wir für Waffen? Fernglas hab ich. Bleibst du jetzt mal liegen? Danke. Was bist du? Oh, what the fuck, verpiss dich, man. So, komm her. So, hier speichern wir mal. Jetzt gehen wir in die Stadt rein und erobern sie zurück von den Deutschen. Und das gefällt uns ja gar nicht, wenn die Deutschen unsere Stadt erobern. Ey. Eine Schatztruhe. Sie vielleicht irgendwas. So, hätten wir den Bastard auch getötet. Gehen wir mal wieder runter. Also, wir müssen uns mit Sgt Antonow mit Sgt Antonow treffen. Okay. Ah, leben, 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 leben. Flak, flak, flak. So, wir können uns nicht einkommen und gucken. Es geht, wir können uns nicht. Es geht, wir können uns beim Hechten. Das ist nicht mehr so gut. Ök, wir können uns die Geräte. Wir müssen uns mit uns. Ahhhh Wo muss ich denn jetzt hin? Komm ich hier raus? Ah ja, hier muss ich was. Soll. Okay, ich muss ja also nach oben. Wenn man oben ist, wird man mich loben. Und jetzt Pans. Oh, what the fuck, du Bastard! Das finde ich gar nicht cool. Aber es ist in Ordnung, dass wir hier anfangen, da kann ich gleich weitergehen. Oh, what the fuck, ey, du Bastard! Mann, ey, habe ich diesen Huren so nett übersehen? Das ist eine von meinen Leuten. Ah, jetzt bist du da an, man, du Hurensohn. Oh, nein, jetzt habe ich auf Laden gedrückt! Oh, Mann, ey! Ja, ich habe die Ladentaste und die Speichertaste direkt nebeneinander. Oh, what the fuck, du Hurenbock! So, oh, du kannst mir die gleich mal geben, ey! Ah, die gehören jetzt zu mir. Ja, wenn du mich nicht das ansetzen lässt. Und jetzt wird mal gespeichert! Oh, Gott! Immer diese Deutschen. Ah, und da unten ist Leben. Und da wird gespeichert. Und da ist eine EP4. 40. Junge, geh mal nicht auf die Nüsse, Mann. Da hinten ist es. Ah, ich bin fast down. Jetzt würde ich mal sagen, ich würde Leben brauchen. Und da haben wir es auch schon. Bastard, stirb. Und schön speichern. Immer speichern. Ah, der gehört zu mir. Leben, 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 leben. So gehört sich das. Nee, ich will meine EP440 wieder haben, gell? Danke. Was hast du? Ah, what the fuck, du Bastard, du scheiß Panzer! Überfahr mich doch nicht! Du blöde Nutte! Ja, ist ja gut, ich... Ja, ist ja gut, das hat deine Fresse, Mann! Geh doch schon hin. So leben. So passt. Oh, what the fuck, welcher Hurensohn schießt mich da ab? Oh, jetzt lasse ich die Panzerfaust wieder liegen. Mal speichern, weil ich schon einmal getroffen habe, habe ich keinen Bock, das normal zu machen. So, was? So, was? Na, schön laden, gell? Ich verschwende den Speicherstand sicher nicht. Äh, ich meine natürlich den Ding. EP440, EP440. Du Hurensohn, du Dreckiger! Du Hurensohn, du Dreckiger! Oh, nochmal speichern, immer speichern, immer speichern, immer speichern. Du Bastard, jetzt hör mal auf zu schießen, du bist nicht cool. Oh, das ist die Russenwaffe, die ist noch geiler als die EP440. Oh, what the fuck, du Nutte! Lass mich da doch rein, Mann! Wo ist die Russenwaffe? Die will ich haben. Ah, Mann, ey! Lass mich da rein, ey! Du mieses MG, Mann! Stirb, Mann! Du Nutte! Oh, Mann, ey! Jedes Mal verliere ich Leben, ey! Ob das jetzt so klug war, hier zu speichern, keine Ahnung. Ich bin so klug! Ich glaube, ich habe auch nicht so viel Munition. Und hier den Meer. Ah, gehen wir da her. Du musst mir jetzt hinwegstehen, gell? Kein Leben hier drinnen. Ah, da liegt Leben, da liegt Leben her, damit das ist meins. Ich teile mit niemandem. Was hast du? Was hast du? MP40, passt. Bastard. Bastard. Du. Das ist mein Sohn. Oh Scheiße, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Oh, Gott. Oh. Oh, Mann. Oh. Oh, Mann. Die Frau... Oh, Mann. Oh, Mann. school. Du kleine Schweinebacke! Du Nutte! Mann, welcher Hurensohn schießt er die ganze Zeit auf mich! Ich bin nicht der einzige Russe, der mitspielt, oder... Was?! Sie schießt, jetzt höre ich die Hornade! Sie schießt, die Grenade! Ja, natürlich, schon wieder den falschen Knopf gedrückt, man, das fackt so an, äh. Kann jetzt einer mal irgendwo Leben fallen lassen oder was? Ich hab keins mehr. Clear out the rest of the building, also, ich muss das... Ding da cleanen. Komm schon. Komm schon. Right there! Keep firing! Don't get your ass shut up! Ja, das war mies, weil die da immer rauskommen. Wie die Hunde, Mann! Die kleinen Wichser! Komm schon, ich seh doch deinen Kopf! Keep firing! Don't get your ass shut up! Na komm! Geil! Geil! Mann, Objekt schon complete, aber trotzdem, was ist jetzt los? Mann, Objekt schon. Untertitelung. BR 2018 So wieder haben wir einen Wehleger. Fick dich! Du scheiß Feuer! Mann, wie lange dauert denn das noch, ey? Wie viele Gegner kommen denn da noch? Stirb man, du Hurensohn, du Dreckiger! Das war jetzt nötig, oder was? Ah, jetzt kommen meine Leute! Bastarde! Passt, Hurenkinder-Dreckige Kharkov Outskirts. Ja, das war's wieder einmal. Wieder ziemlich viele Fails drinnen. Ich sag danke fürs Zusehen. Ich würde mich sehr über neue Abonnenten freuen. Ihr könnt ja auch mal bei mir auf Facebook vorbeischauen. Wenn ich wenig Likes habe auf Facebook, wird natürlich nicht so viel kommen, weil dann werde ich auf die Seite nicht so eingehen. Wenn ihr mehr Likes da sind, so 20, 30, 40, 50, wird jeden Tag was kommen. Solange ich halt beim Bundesheer bin, halt nicht. Aber wenn ich danach zu Hause wieder bin, danach schon. Ja, dann bis zum nächsten Part. Bis dann, Leute! Ciao!